Auf zur nächsten Runde könnte man meinen, vielleicht beim Dow Jones, hier jetzt der Dow Jones Future, ein nicht ganz uninteressanter Titel sowieso, gar keine Frage, aber auch die Situation ist gar nicht so schlecht, wie wir sie hier jetzt gerade sehen, zumindest mal aus bullischer Sicht ist das eigentlich etwas, was ich gar nicht so doof finde, nämlich dieses klassische ABC-Muster und nochmal die Fortsetzung. Ihr seht, ich bin latent bullisch hier im 4-Stunden-Chart, also nicht jetzt fürs Kleingemachte, hier das Kleingedruckte sozusagen, sondern tatsächlich, dass sich die Bewegung nochmal fortsetzt. Die Frage wird jetzt allerdings sein, wie weit, und da sehe ich zumindest mal Chancen, dass das Ganze nicht so wirklich lang reichen wird. Immerhin, das sind auch schon ein paar hundert Punkte hier im 4-Stunden-Chart, aber ich sage mal, das wird jetzt so die nächste Geschichte sein, dass wir diese Zone hier vielleicht nochmal in Angriff nehmen und dann vielleicht erst im zweiten Versuch darüber hinausgehen. Warum das Ganze? Naja, die ganze Bewegung sieht ein bisschen aus, hier war mal eine Pause, zack, hier war mal eine Pause, zack, jetzt nochmal nach vorne. Und da seht ihr, das ist dieses klassische 5-wellige Verhalten. Ich weiß, einige sagen, 5 Wellen kann er sich doch in die Haare schmieren, das ist doch nicht realistisch. Naja, es ist schon so, dass es relativ häufig auftritt, man zumindest mal so den Eindruck hat, dass diese 5 Welle immer wieder unterbrochen, dann so ein Schub. Also alleine, wenn wir jetzt hier auch im 5-Minuten-Chart uns das mal angucken, ich zeichne das hier mal rein, das hat so ein bisschen was hier vorne, dann war hier eine Pause, dann das, dann war hier eine Pause, zack. Und danach kam erst wieder die nächste große Pause, die wir jetzt hier drin hatten, wieder als 3 Welle, in diesem Fall als ein Flat oder eine Seitwärtskorrektur, wie man das so schön nennt. Das sieht man daran, weil die ähnlich hoch sind. So, also sowas in der Art könnte ich mir jetzt ebenfalls hier vorstellen. Das heißt, aktuell, spätestens wenn wir das Zwischenhoch hier von gestern Mittag war das, glaube ich, oder gestern Vormittag, wenn wir das hier nach oben hier durchstoßen, mit ganz guten Chancen eigentlich, dass sich das Ganze nochmal ein bisschen fortsetzt, dass wir sehen können, ah, okay, es ist halt die bullische Seite im Moment, die am Zug ist und dann werden wir sehen, wie weit das Ganze hier noch reicht. Also es kann sein, dass es weitergeht, als ich es jetzt hier gezeichnet habe. Es kann auch sein, dass es hier so ein bisschen noch da drüber ditscht. Auch das wäre nicht untypisch, aber eben, ja, 5 Wellen, wenn die dann fertig sind, dann erstmal wieder die nächste Pause. Dabei bin ich aber gar nicht so sehr pessimistisch, denn je nachdem, wo das hoch ist, na gut, dann gibt es halt mal einen Rücksetzer. Aber anschließend kann es ja wieder nach oben gehen, witzigerweise nach gleicher Manier, nämlich mit diesem typischen ABC-Verhaltensmuster. Alternativ, wenn es nicht ABC ist, also manchmal ist das so ganz klassisch ABC oder wie wir es hier sehen, so ABC beispielsweise. Manchmal ist das aber auch nicht so deutlich, das kann man nicht immer so erkennen. Dann ist es aber dann häufig irgendwie was, was, ich setze das mal hier, Alternativen, was mit vielen Kursüberschneidungen ebenfalls nicht nach einer Dynamik aussieht, sondern eher korrektiv. Und das würde das Ganze ebenfalls nicht kaputt machen, also diese Aufwärtsrichtung. Das sieht doch gut aus beim breiten Markt, hätte ich fast schon gesagt. Na, das stimmt nicht ganz. Das sind ja jetzt hier nur die 30 Dow-Titel, die hier jetzt vertreten sind. Und das sind die klassischen Langeweile, die Value-Titel, also noch nicht mal so richtig das Highlight. Aber zumindest mal hier nicht so schlechte Voraussetzungen. So, weil viele Leute nachgefragt haben, habe ich mir gedacht, komm, jetzt machen wir nochmal ein Wort zu Bitcoins. Wie sieht es denn da aus? Was können wir, müssen wir, dürfen wir denn da erwarten? Kann man da irgendwie was charttechnisch ablesen? Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, ich will jetzt nicht zu tief da reinbuddeln, aber wenn ich mir mal hier diese Abwärtsbewegung angucke, die letzte hier im 4-Stunden-Chart, hat diese Geschwindigkeit und der Anstieg hat im Moment diese Form. Da würde ich jetzt spontan sagen, na, die Abwärtsbewegung ist deutlich dynamischer, die Aufwärtsbewegung die schwächere. Spätestens, wenn wir dieses Zwischentief nochmal durchstoßen, wäre dann nicht zu erwarten, dass wir diese Trendrichtung hier, also das, was wir hier vorne haben, hier ebenfalls nochmal bekommen, also nochmal tiefer. Ich weiß, für einige ist das ein No-Go, das darf nicht sein, weil die Bitcoins sind die guten. Ich will gar nicht sagen, dass das das Aus ist für Bitcoins, aber vorläufig sehe ich das ehrlich gesagt noch nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, selbst wenn der Kurs nochmal eine Zwischenstärke erreicht, sei es drum zum Beispiel, dass der Markt hier sich nochmal ein gutes Stück mehr erholt. Ich persönlich erwarte es erst von tieferen Niveaus, aber selbst wenn der Kurs sich dann nochmal erholt, dürfen wir nicht vergessen, die letzte starke Bewegung war die, und spätestens, wenn wir sowas hier triggern oder vielleicht hier auf einer kleineren Ebene, dann ist es sogar nochmal realistisch, dass der Kurs hier noch weiter nach unten geht. Das klingt erstmal nach saudoof und nach völlig überzogen. Auf der anderen Seite ist es genau das, was Bitcoins immer wieder gemacht haben. Es kann sich dann hinten raus doch nochmal ordentlich ziehen. Das heißt ja nicht, dass es später dann wieder steigen kann, aber ich sehe das im Vergleich hier eigentlich eher, dass wir auf dieser Höhe jetzt sind. Das heißt, die Gegenbewegung, wie sie auch immer aussehen mag, und dann das zweite Teilstück, das kann sich noch ein gutes Stück ziehen und eben auch noch ein gutes Stück tiefer gehen. Also ich kann mir sehr gut sogar vorstellen, dass wir die 20.000 auch nochmal von unten sehen, wenn auch nicht jetzt sofort. Das halte ich nicht für die größere Wahrscheinlichkeit, aber das weiß ich schon. Solange es nicht massiv nach bullisch aussieht, muss man die Abwärtsseite auf dem Plan haben. Und ich habe ja gerade gezeigt hier, wie ich das hier sehe. Nämlich, dass die scharfe Bewegung runter, hier sieht man es nochmal im 15-Minuten-Chart, und doch eher wackelig verhalten, die Aufwärtsrichtung. Also das wäre ein mögliches Tief hier für einen Trigger für die Short-Seite. Alternativ könnt ihr natürlich auch auf den kleineren Ebenen gucken, ob sich dieses Bild wiederholt. Ihr seht, also dieses Grundprinzip ist ja hier regelmäßig dann auch wieder da. Also insofern gehe ich mal davon aus. Ist das jetzt realistisch? Ist das nachvollziehbar? Nein. Chart-Technik hat nichts mit Realismus zu tun. Das klingt sehr eigenartig. Chart-Technik ist nicht produktorientiert, sondern kundenorientiert. Und der Kunde ist in dem Fall der Marktteilnehmer. Und der hat offensichtlich keinen Bock, denn anders lässt es mich nicht erklären, dass er sich so schwer tut, die tolle Situation hier zu akzeptieren und nicht endlich für egal welchen Preis zu kaufen. Nein, offensichtlich ist es das nicht. Und es wird wohl noch eine Weile dauern, bis das gute Gefühl der Marktteilnehmer wieder da ist, um zu sagen, ja, da will ich jetzt mit dabei sein. Aktuell sieht es nicht danach aus. So, in diesem Sinne euch jetzt erstmal alles Gute. Ganz liebe Grüße von meiner Seite. Bis zum nächsten Beitrag.